sag mal wir haben bis jetzt immer nur batterien gezeigt haben wir auch ein verbund irgendwas fettes ja klar ja klar corona blau haben wir von funke naja von wo auch sonst 100 schuss hier 30 millimeter 2500 gramm alleine schwarzpulver und pks das ist der hammer 40 sekunden blaue feuertöpfe mit funkenweiden okay auch blaue sterne blaue blinker ihr seht schon echt geil zwar keine fächerbatterie geht einzeln nach oben und am ende gibt es normalen ich glaube eine 3 oder 5er salbe auf jeden fall jetzt echt fettes teil schneiden wir den kollegen mal auf weil ich weiß nicht und wir den noch mal verbinden müssen schönes teil oh ja den müssen wir verbinden zwar nicht viele aber das geht sogar noch aufgeteilt in fünf kleine batterien quasi und die müsst ihr dann miteinander verbinden hier sieht sogar so aus als wenn man die von hier nach hier verbinden was eigentlich nicht so gut ist wenn die über den über den öffnungen sind aber ja wollen wir timelapse machen oder können wir machen hau raus viel spaß aber wir haben ja jetzt schon seitens ein paar bisschen nur gucken wir haben wir alles haben wir auch ein paar instellen Male kickall haben wir kleinere ab und McFба haben wir viele Menschen haben haben wir haben wir können wir Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. So, das ist miteinander verbunden. Ihr seht schon, das war eine ganz schöne Funnelei. Und das war bis jetzt nur eine. Und wir haben eine, da sind es glaube ich sieben. Sieben miteinander. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei der Zindung. Das war's für heute. Das war's für heute. ę Let's go! Let's go!